Morgen, Herr Doktor. Danke. Wo ist denn Ihr Hund? Der ist gestern Abend gestorben. Er hat sich zu Tode gelangweilt. Endlich im Ruhestand. Nein! Da sind rotierende Klingen drin. Wenn man da mit dem Fuß reinkommt, können die kaputt gehen. Endlich Zeit für alte Freunde. Erinnerst du dich noch an Gerhard? Der schwule Internist mit dem Stock am Arsch. Und sie die unbegabte Pantomime, während der der Fisch kalt wurde. Das liebe ich am Alter. Dass man sich endlich die Wahrheit sagt. Oder die größte aller Herausforderungen. Patenenkel. Wir müssen doch mal irgendwas machen. Bei Philippa ist wenigstens immer was los. Mit ihrem Enkeldienst. Schulz. Vielleicht soll ich das auch mal machen. Das wäre der Yannick. Der Yannick hat gleich eine Zeichnung geschickt. Und wer bin ich da? Die da in der Kanone drin. Der schießt sie raus. Willkommen in der besten Zeit ihres Lebens. Ich glaube der Kontakt zu dem Jungen würde dir sehr gut tun. Ich habe mal eine alte Blockflöte gespielt. Kann ich dir mal zeigen? Sag mal. Kennst du diesen Mann? Ich bin der Paten. Er will mir seine Flöte zeigen. Er hat ein riesen Ding. Cool. Ein alter Computer. Mit Drucker drin. Ich will leben. Ich will leben. Und mich nicht immer nur sorgen. Weißt du wie das ist? Ein Mensch der dich so nimmt wie du bist. Verreisen ist extrem teuer. Für das Geld kriegen wir zwei Treppenlifter. Was soll Victor denn mit mir? Das sind doch verschiedene Welten. Willst du nicht mein Opa sein? So macht man das in einer Familie. Meine Eltern sagen wir essen nur Bio. Dann überleg dir mal wer der Gemeine ist. Der der ein glückliches Schwein tötet oder der der ein unglückliches Schwein tötet. Enkel für Anfänger. Im Kino.